jo leute und was geht ab herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal von diesem format werden jetzt jeden montag im dezember eine folge online kommen und zwar es ist so ein bisschen so bundesliga mit tik toks oder youtube shorts so wer von euch die bundesliga app kennt das wahrscheinlich an die anderen wird es neu sein und ja auf jeden fall wird hier so ein bisschen wenn ihr so ein paar kleine videos online kommen wir starten direkt rein ins video wenn alle zur herzerbank rennen ja berlin haben sorgt dafür dass alle genug wasser bekommen lol einfach knapp hier macht nur den ersten becher runter jetzt bin ich mal gespannt okay was weiß oder hintergrund von dem video habe ich nicht ganz aufgecheckt oh mein gott geile taktik ich finde persönlich bei diesen einstellungen merkt man immer wie geil eigentlich diese atmosphäre auf dem feld so selbst herrscht aber das finde ich immer ganz geil nach 27 sekunden ist das ding schon drin kein bisschen je bin es ist da wenn es ist ein Ich hätte gewettet, dass die längste Zeit ohne Gegentor mal eine neue hätte, aber stark. Okay, haben wir Kevin Folland. Oh, einfach Ballgeschnappen reingeschossen. Oh, das tut weh, das tut weh. Ganz, ganz böse. Ach, stark. Ja, mit Vidal endet auch das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao, ciao.